Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 96. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer mit der wunderbaren Hoaxmystie ist Alexa. Ja, mir ist warm, hi. Ja, und Alexander, dem auch warm ist, weil es ist auch einfach voll warm. Vermutlich kündigt jedenfalls die Presse an, der heißeste Tag des Jahres. Heute? Ja, haben Sie gesagt. Wir nehmen nämlich heute tatsächlich auf den Sonntag auch auf. Sag das. Insofern könnte es sehr, sehr warm sein. Ganz kurz zu Beginn, 31.8., Beginn von Black Sweet Stories. Da wird es demnächst auch den ersten Teaser geben und auch schon den Feed, den man abonnieren kann. Es wird so langsam, genau. Das ist das Podcastprojekt der Hoaxmystie ist nochmal, wo sie Geschichten vorlesen wird und zum weiteren 11. September halten wir einen Vortrag im Rahmen von Scriptics in the Pub. Da kann man uns besuchen hier in Hamburg. Auch da nochmal werden wir einen Link setzen, wo das alles stattfinden wird. Das vorab. Und zur 100. Folge sammeln wir Audio-Feedback. Wir haben auch schon Audio-Feedback bekommen. Ja, das ist total super und zwar richtig lang und umfangreich und total nett. Da freuen wir uns sehr. Vielen Dank dafür schon mal. Genau, vielen Dank schon mal. Aber ihr dürft natürlich gerne noch weitermachen und uns noch viel, viel mehr zuschicken. Denn ihr werdet die Sendung gestalten. Ja, genau. Das überlassen wir euch mal. Und ansonsten müssen wir auch noch was machen. Aber naja, also nochmal der Aufruf zur 100. Folge. Schickt uns irgendwas ein. Kurze Statements, so ähnlich wie iTunes-Rezensionen oder so. Oder irgendwas, was ihr schon immer mal an uns loswerden wolltet. Und nach dem 11. September dann sicherlich auch ein Hörertreffen. Und vielleicht noch der Hinweis für alle Podcaster selber da draußen oder die Leute, die Podcaster aus Hamburg kennen. Es wird auch ein Treffen der Podcaster geben. Wer Podcast und aus der Umgebung von Hamburg oder Hamburg kommt, der kann sich auch mal an uns wenden an info.hoxela.de. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal weiter. Die Story der Woche. Die Story der Woche ist diesmal sowohl künstlerisch als auch ein bisschen katholisch angehaucht. Ganz passend zum Thema der Woche, auf das wir gleich kommen werden. Es geht um eine 40 Mitglieder zählende Gruppe eines katholischen Frauenbundes. Die waren einmal auf Theaterfahrt. Die waren dort mit dem Bus unterwegs. Und leider ist der Bus unterwegs liegen geblieben, als sie schon kurz vor dem Ziel waren. Und der Busfahrer, nachdem er versucht hat, den Wagen wieder flott zu kriegen, hat dann gesagt, nee, liebe Leute, ihr müsst leider zu Fuß weitergehen. Das haben die Damen dann auch gemacht. Und sind mit circa 15-minütiger Verspätung dann doch noch im Theater angekommen. Und die Platzanweiser haben sie gebeten, die Plätze möglichst leise einzunehmen, wie das halt so ist. Dummerweise hat gerade der Hauptdarsteller getreu seinem Text auf der Bühne verkündet, wo seid ihr Lieben denn so lange geblieben? Und daraufhin soll eine Dame aus diesem Frauenbund gesagt haben, ja, wir wären auch schon viel früher da gewesen, wenn der Bus nicht liegen geblieben wäre. Und das ganze Publikum soll vor Lachen am Boden gelegen haben. Ich weiß allerdings nicht, ob die danach noch vernünftig weiterspielen konnten, aber das sind ja Profis da auf der Bühne werden sowohl. Das ist ja eine schöne Geschichte. Ja, ne? Was daran ist, erfahren wir natürlich wie immer am Ende der Sendung und kommen jetzt zu, hier sagen wir mal, schon fast einem historischen Krimi, so könnte man es überschwitzt darstellen. Ja, warum hat Dan Brown da eigentlich noch nichts drüber geschrieben? Vielleicht ist der ja gerade dabei. Wahrscheinlich. Na, machen wir jetzt mal weiter. Thema der Woche Ja, das heutige Thema ist das Sindone di Torino, das Sacra Sindone. Ja, da merkt man, italienische Kenntnisse sind perfekt. Das Turiner Grabtuch, darum soll es heute gehen. Das Turiner Grabtuch werdet ihr sicherlich hoffentlich kennen oder auch nicht kennen. Wir wollen das mal ein bisschen in der Tiefe betrachten. Es ist ein Stück Leinentuch zunächst mal, um es erstmal formal zu beschreiben, was 4,36 Meter lang und 1,10 Meter breit ist. Und auf diesem Leinentuch kann man einen Körper, die Vorder- und Rückseite eines Körpers erkennen. Und wenn man das im Negativ fotografiert oder es fotografiert und sich dann das Negativ davon ankommt, wird also der Umriss dieser Person auf dem Tuch, diese Abbildung sehr deutlich zu erkennen. Ein paar weitere Details sind, also das Ganze ist so aufgebaut, dass man den Körper auf eine Seite des Tuchs gelegt hat, quasi bis zum Saum und dann mit der anderen Seite des Tuches oder mit der anderen Hälfte des Tuches den Körper von oben abgedeckt hat. Deswegen auch Vorder- und Rückseite auf dem Tuch, die sich quasi so einander gegenüberliegen. Und was auch noch zu sehen ist auf dem Tuch, sind Blutflecken an sehr auffälligen Stellen, quasi am Kopf, an den Händen, die gefaltet sind und an den Füßen. Und das Ganze wirkt zumindest so, als sei dort eine Person verewigt, die gekreuzigt worden ist. Genau, und das ist natürlich die große Besonderheit und die große Bedeutung. Das Turiner Grabbuch wird als das Tuch vermutlich angesehen, in das Jesus Christus eingewickelt worden ist nach der Kreuzigung. Wichtig dabei ist zu erwähnen, dass die Kirche das nicht behauptet. Es wird allerdings natürlich in einer Turiner Kirche oder im Turiner Dom aufbewahrt. Sagen wir mal so, also die Kirche behauptet nicht aktiv, dass es sich um eine Reliquie, beziehungsweise die Reliquie und das Grabtuch Christi handelt, aber wird natürlich auch nicht jemanden, der versucht genau das zu belegen, irgendwie Steine in den Weg legen. Ja, sie behauptet natürlich auch nicht, dass es das nicht ist. So ist es. Wie so oft bei der Bibel und überlässt dann sozusagen den Gläubigen, dass sie selber ihren Schlusssicht ziehen sollen. Was vielleicht ganz wichtig ist, also wir haben ja die Beschreibung dieses Grabtuchs, das hast du gerade schon gesagt, also Blutflecken am Handgelenk, an den Fußgelenken, die Dornenkrone, die Jesus laut Bibel getragen haben soll, da sind einige Blutflecken im Kopfbereich. Und auch die Lanzenwunde in der Seite ist auf diesem Grabtuch abgebildet. Und es wird ganz oft, wenn man sich Dokumentationen anschaut oder wenn man durch das Internet durchsurft und danach sucht, ist ja so dargestellt, als ob die Beschreibung dieses Grabtuches exakt so in der Bibel gewesen ist. Und ich habe mal zwei Evangelien mal an die betreffende Stelle aufgeschlagen, wo das Grabtuch auch erwähnt wird. Das eine ist Lukas 24, Verse 1 bis 12 und dann hört man mal, wie genau das Grabtuch dann in der Bibel beschrieben wird oder auch nicht. Ich lese das mal gerade vor aus der Bibel. Ganz früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen mit den Salben, die sie zubereitet hatten, zum Grab. Der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, war zur Seite gerollt. Zögernd betraten sie die Grabhöhle. Sie war leer. Verwirrt überlegten sie, was sie jetzt tun sollten. Daher traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten, wurden sie von den Männern gefragt. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Habt ihr vergessen, was er euch in Galiläa gesagt hat? Der Menschensohn muss den Gottlosen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte Jesu. So schnell sie konnten, liefen sie in die Stadt zurück, um den elf Jüngern und den anderen Freunden Jesu zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu den Frauen gehörten Maria aus Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus. Aber den Jüngern erschien das alles so unwahrscheinlich, dass sie den Frauen nicht glaubten. Nur Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, fand er außer den Leinentüchern nichts. Nachdenklich ging er in die Stadt zurück. Da sind es also Leinentücher im Lukas-Evangelium. Und dann gucken wir uns nochmal den Johannes an, Kapitel 20. Und da auch so die Verse 1 bis 10, der also dann auch den gleichen Sachverhalt beschreibt. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, da es noch finster war, zum Grabe, und sieht, dass der Stein vom Grabe hinweg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, welchen Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen, sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grabe, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus zum Grabe. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief zuvor, schneller denn Petrus, und kam am ersten zum Grabe, guckt hinein und sieht die Leinen gelegt. Er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging hinein in das Grab und sieht die Leinen gelegt und das Schweißtuch, das Jesus um das Haupt gebunden war, nicht zu den Leinen gelegt, sondern beiseits, zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Da ging auch der andere Jünger hinein, der am ersten zum Grabe kam, und er sah und glaubte es, denn sie wussten die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsste. Da gingen die Jünger wieder heim. Also bei dem einen ist es Leinen, wird nur erwähnt, und ein Schweißtuch, was dort gelegen haben soll. Und man merkt da auch an der Stelle schon mal sehr, sehr schön, das ist nämlich auch ein Hintergrund, warum ich diese beiden Stellen mal rausgesucht habe, wie unterschiedlich doch die Beschreibungen sind in der Bibel und wie schwierig es da ist, die Bibel als Quelle für faktische Dinge zu nehmen. Denn in der ersten Geschichte sind es mehrere Frauen, die zum Grabe kommen, in der zweiten ist es nur Maria Magdalena, dann geht nur Petrus alleine zum Grab, in der zweiten Geschichte kommt ein weiterer Jünger mit und läuft mit Petrus zum Grab. Und das zeigt schon, wie unterschiedlich auch die Darstellung der Geschichten ist und es zeigt, wie wenig eigentlich dieses berühmte Grabtuch beschrieben wird in der Bibel. Ja, das könnte man jetzt natürlich auch als Argument dafür nehmen, wenn man es dann aus der Bibel nicht genau erkennen kann und ansonsten auch nicht genau weiß. Vielleicht ist es dann das Grabtuch Christi. Was ist denn dann das Besondere daran, dass man da quasi den ganzen Körper sehen kann? Und der große Punkt ist, der auch von den Gläubigen so akzeptiert wird, ist, dass dieser Abdruck, der kommt ja nicht von ungefähr auf das Tuch, weil Jesus meinetwegen angemalt war, als er darauf gelegt wurde, sondern bei der Auferstehung soll sich dieses Bildnis ja quasi in den Stoff eingebrannt haben. Das ist also noch eine Besonderheit, die dieses Tuch aufweist. Und in der Tat ist es sehr, sehr schwer, quasi mit normalen Mitteln festzustellen, ob es sich um ein Bild handelt, was wirklich auf dieses Tuch drauf gemalt worden ist. Also du siehst keine Pinselstriche, du kannst nicht genau erkennen, wie der Künstler, wenn es denn ein Künstler gewesen ist, das Bild aufgebracht hat. Und das hat viele davon überzeugt, dass also mit diesem Tuch etwas ganz Besonderes passiert sein müsse. Wir können ja nochmal kurz so ein paar Fakten wiedergeben aus der Geschichte des Tuches. Das Ganze wird nicht erwähnt, merkwürdigerweise bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts. Da taucht dann ein Ritter auf, der dieses Grabtuch ja quasi in seinem Besitz hat und eine Kirche bauen möchte für dieses Grabtuch. Und dann geht also diese ganze Geschichte los. Das Grabtuch reist von Lirey nach Chambury. Ganz wichtig, es war erstmal in Frankreich. Es war erstmal in Frankreich, genau. Bis es dann, nachdem es durch einen Brand in Chambury 1532 auch teilweise zerstört worden ist, deswegen sieht man auch diese charakteristischen Brandlöcher heute auf den Darstellungen, bis es dann schließlich in Turin ankommt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass es kaum oder keine Erwähnung gibt vor der Mitte des 14. Jahrhunderts. Das ist also schon mal eine ganz merkwürdige Geschichte, denn wenn es wirklich das Grabtuch Christi wäre, warum gibt es dann nicht für die heilige Reliquie eine durchgehende, dokumentierte Geschichte? Das ist also ein ganz wichtiger Punkt, warum man vielleicht daran schon mal ein bisschen rütteln sollte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, es haben viele Leute quasi das Grabtuch gesehen in Turin. Es war auch öfter mal den Gläubigen zugänglich. Aber so ganz in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt ist es nicht, bis es 1898 zum ersten Mal fotografiert werden konnte. Also das war nämlich der Moment, wo man dieses sehr blasse, kaum sichtbare Bild auf dem Grabtuch, also wenn man das jetzt so sehen würde, irgendwo ausgestellt, dann würde man zwar die Brandlöcher sehr deutlich sehen, aber nicht das Bild des Herrn, wenn es das dann ist. Das kann man kaum erkennen. Aber wenn man das Ganze fotografiert, und das war eben 1898 zum ersten Mal in der Form möglich und geschehen, dann sieht man plötzlich, dass das Bild vor allen Dingen im Negativ besonders deutlich wird. Ja, und das ist natürlich eine Sache, da haben dann viele, ja, es ist ja tatsächlich dann fotografiert worden, und der Fotograf ist dann in sein Entwicklungslabor gegangen, und als er das Negativ vom Bild gesehen hat, da hat es ihn quasi wie einen Blitz getroffen, und für ihn war klar, es ist nicht möglich gewesen im Mittelalter, oder schweige denn um die Jahrtausendwende, also um das Jahr 1933 herum, also nicht Jahr Null, sondern 1933 war er dann ja schon, der Herr und Meister, als er ans Kreuz geschlagen wurde. Da gab es halt noch keine Fotografie, und da hatte man auch noch keine Vorstellung von einem Negativ, und auch selbst wenn es eine mittelalterliche Fälschung gewesen sein sollte, auch da wusste niemand, was ein Negativ ist. Und das war über viele, viele, viele Jahre ein ganz entscheidender Aspekt, warum man gesagt hat, an diesem Bild oder dieses Bild kann nicht von einem Menschen gefälscht oder angefertigt worden sein, weil das Wissen um diese fotografische Technik gar nicht da war, um ein Negativ zu haben. Und das war für viele so ein ganz klarer Beleg, dass irgendetwas Übernatürliches an diesem Abbild ja dran sein muss. Es hat dann, Ende der 70er Jahre, da war die Kirche dann auch zugänglich, zu einer groß angelegten Untersuchung des Grabtuches gegeben, von vielen Wissenschaftlern, die Gewebeproben genommen haben, die sich das Turiner Grabtuch unter dem Mikroskop angeschaut haben, also sich die Stellen, auf denen sozusagen die Abbildung zu sehen ist und den Mikroskop angeschaut haben. Also wenn du jetzt auf das Shroud of Turin Research Project, sprich STERB, anspielst 1978, da hat es vorher schon mal Ende der 60er, Anfang der 70er eine Untersuchung gegeben, wo aber auch festgestellt wurde, dass vieles dafür spricht, dass das Ganze eine Fälschung, nämlich genau aus der Zeit, in der es zuerst erwähnt wird, sein könnte. Und die Mitglieder dieser Kommission, die das Ganze untersucht hat, haben sich hinterher allerdings wieder von ihren Behauptungen distanziert. Also das Ganze ist auch so ein bisschen unter Verschluss gehalten worden. Da munkelt man, dass es da vielleicht auch Einflussnamen von Ihnen gegeben hat. Man weiß es nicht, genau. Genau, also die haben, ich war jetzt beim STERB-Untersuchungsteam, genau, die haben also mit Mikroskopen dann das untersucht und haben also auch schon festgestellt, das ist auch so, dass es offensichtlich keine Farbe mit einer Trägersubstanz gewesen ist, die auf dieses Tuch aufgebracht worden ist, weil sozusagen das, was wir als Bild erkennen, nur die ganz oberste Schicht der Fasern dieses Leinentuches ist. Der Rest ist nicht irgendwie mit Farbe berührt und wenn man eben mit einem Pinsel oder einer Farbe, die in irgendeinem Lösungsmittel gewesen wäre, auf ein Leinentuch malt, dann müsste das eben in den Stoff auch eingedrungen sein. Das Bildnis ist aber nur auf der Oberfläche. Wirklich nur die obersten Fasern tragen eben dieses Abbild. Und zwar auch nicht irgendwie rote Farbe, also man hat ja viel Ocker verwendet auch in der Zeit, also es ist auch keine rote Farbe, sondern es ist einfach so eine leichte gelbliche Verfärbung, die man dann auf den obersten Fasern sehen würde. Also das war ein ganz entscheidender Punkt. Da hat man gesagt, das kann man auch gar nicht fälschen, das konnten die Mittelalter auch gar nicht fälschen, vollkommen unmöglich. Es gibt dann weitere Untersuchungsergebnisse, auf die ich gleich nochmal komme, oder Fragen, die aufgeworfen sind. Was ganz entscheidend allerdings war, bei allen Rätseln, die aufgegeben worden sind, ist zunächst mal, an der Stelle sollte man es erwähnen, die Webart des Leinentuches. Das ist nämlich in so einem Fischgrätgewebe gewebt worden. Und das gibt es eben nicht zur Zeit Palästinas, wo Jesus Christus gekreuzigt werden sollte. Diese Art des Webens eines Leinenstoffes ist halt viel, viel älter, passt auch wieder in die Zeit der ersten Erwähnung hinein, des Grabtuches. Aber das hat man auch nochmal gesehen, also diese Webart ist vorhanden. Das spricht also dafür, dass das Tuch deutlich älter ist, als ganz entscheidenden Faktor. Und was man dann eben getan hat, ist, man hat eine Radiokarbonanalyse angefertigt. 1988 hat man dann mit Erlaubnis der katholischen Kirche ein paar wenige Proben genommen. Die sind vom unteren Rand, natürlich weit weg vom Bildnis und von anderen essentiellen Teilen des Tuches genommen worden. Man hat die dann an verschiedene Labore geschickt und hat unabhängig diese Labore eben eine Radiokarbon-Datierung durchführen lassen. Und als Durchschnittswert ist tatsächlich rausgekommen, Mitte des 14. Jahrhunderts, also ganz genau das, was im Prinzip die Wissenschaft schon erwartet hatte. und wiederum genau die Zeit der ersten Erwähnung des Grabtuchs. Ja, also... Wir haben vorhin bei der ersten Erwähnung vergessen zu sagen, dass schon damals eine Riesenkontroverse herrschte. Also da gab es Briefe des Bischofs in Lirey an den Papst, dass das Grabtuch also eine offensichtliche Fälschung wäre und dass damit die Gläubigen über den Tisch gezogen werden, weil man durch fingierte Kranke, die dann angeblich von dem Tuch wieder geheilt wurden, da den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen würde und gegen das Ganze war also nicht wirklich ein Kraut gewachsen. Man hatte dann auch den angeblichen Künstler ausfindig gemacht und dieser Künstler, der allerdings bis heute namenlos geblieben ist, was natürlich die Befürworter des Tuches auch schon wieder aufjuchzen lässt, der hat angeblich dann, das heißt nicht angeblich, der hat dann sogar ein Geständnis abgelegt und hat gesagt, jawohl, ich habe dieses Tuch hergestellt und damit war eigentlich der Fall erledigt. Und was man auch noch dazu sagen muss, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ihr euch mit der Geschichte, vor allem der Religionsgeschichte im Mittelalter mal beschäftigt habt, aber der Reliquienhandel blühte natürlich gerade zu der Zeit und eine Reliquie war nicht nur ein politisches Machtmittel, sondern natürlich auch gezielt dazu angetan, um die Gläubigen bei der Stange zu halten, also irgendwelche Wunder zu versprechen. Man sagt immer wieder, es kursierte so viel Holz vom Heiligen Kreuz, dass man daraus ein Schiff hätte bauen können und so viele Nägel, dass man ein Schiff hätte zusammenzimmern können. Es gab auch etliche Grabtücher, die allerdings alle wohl ziemlich schlecht gemacht waren und wo relativ schnell aufflog, dass es eben irgendwie eine Fälschung war. Und was eben bei diesem Grabtuch besonders war, war eben diese, wie es in den Quellen heißt, clevere oder schlaue Maltechnik, in der das Ganze hergestellt worden ist. Was bei der Radiokarbonanalyse, das sollte man nochmal erwähnen, oft gesagt wird, ist, ja, das ist ja auch ausgebessert worden, das Tuch und ihr habt eine Stelle erwischt, Genau, wo ausgerechnet so ein Flecken, so ein Flicken saß. Mit der Radiokarbonanalyse ist vielleicht gar nicht so genau, wie ihr immer sagt. Also es ist an verschiedenen Laboren der Tests durchgeführt worden, mit Vergleichsmaterial, weil man tatsächlich auch Grabtücher aus dem ersten Jahrhundert hatte und also alle drei Labore, alle drei großen Labore, die man befragt hat, kamen zu einem ähnlichen Ergebnis. Das ist schon sehr genau. Die haben sie natürlich nicht auf ein Jahr, sondern auf einen Zeitraum von, glaube ich, etwas mehr als 100 Jahren festgelegt. Aber der Durchschnittswert, wenn man den sich anschauen würde, würde schon in die Zeit fahren. Genau, und es war also immerhin das zweite Jahrtausend sozusagen, das angebrochene zweite Jahrtausend, um das es ging. Und sicherlich nicht das erste Jahrhundert. Was auch oft angeführt wird, ist, dass man angeblich auf dem Turiner Grabtuch Pollen gefunden hätte, die nun ausgerechnet aus Jerusalem stammen müssen, also aus dem Nahen Osten, und dass es auch von keiner anderen Stelle stammen könnte. Und da kommt ein Kriminologe, ein recht umstrittener, ins Spiel, Max Frey. Darf ich? Darf ich? Ja, gerne, gerne, wenn du mir gerne möchtest. Weil ich mich da mal zu beinahe. Damit man den einen anordnen kann, der hat auch die Hitler-Tagebücher. Nur weil du Hitler sagen wolltest. Der hat auch die Hitler-Tagebücher für echt erklärt. Ist damit ziemlich auf die Nase gefallen, bekannterweise. Und der fand die Pollen jetzt auch echt. Ja, und das Ganze ist natürlich, also ist die Frage, also man hat das natürlich gemacht, indem man mit Sticky Tape, wie sagt man hier, mit Klebeband irgendwie, da auf dem Stoff rum manipuliert hat, und das dann abgezogen hat, und dann hattest du halt irgendwie eine Probe von den obersten Schichten. Bei den Proben von Max Frey ist halt wirklich die Frage, da sind ein paar dabei, die so gut sind und so klar eben dafür sprechen, dass es schon wieder total unrealistisch ist, weil die Pollen, die da gefunden wurden, also so brandneu sind und so unversehrt, dass das total überzogen wirkt und eigentlich gar nicht irgendwie mit dem Tuch zu tun hat. Und der Verdacht liegt nahe, dass seine Proben, die er zum Vergleich genommen hat, vielleicht doch irgendwie mit aufs Tuch drauf gerutscht sind oder das gleiche Klebeband benutzt worden ist. Ein weiterer Punkt, der in vielen Dokumentationen als gegeben voraussetzt, wenn man also mal auf YouTube rumgoogelt oder im Fernsehen rumsucht, und da laufen die ganz oft auf N24 oder sonst wo, Turiner Grabtuchdokumentationen, dass auf dem Tuch Blut gefunden wird. Ja, ganz wichtiger Punkt. Und das wird ganz oft auch als Fakt dargestellt. Das ist sogar von Mitgliedern der Sturb-Gruppe behauptet worden, dass sie nicht nur Blut der Blutgruppe AB dort festgestellt hätten, sondern auch Serumflecken. Und kein Künstler sei in der Lage gewesen, auch noch Serumflecken, die erst sehr viel später mit technischen Mitteln sichtbar gemacht werden konnten, dort zu verstecken. Das sei totaler Quatsch, das zu tun. Also wäre es wirklich Blut. Ist aber nicht so. Ist höchst umstritten. Also die Untersuchungsgruppen, die wirklich forensisch die Befunden ausgewertet haben, haben kein Blut entdeckt, wohl aber Spuren von Temperafarbe. Ja, und das kann man bei bestimmten Tests liefern, die beiden einen positiven Wert. Ganz entscheidend auch, dass zum Beispiel unter UV-Licht auch nichts leuchtet. Und Blut neigt ja dazu, unter UV-Lichtbestrahlung auch nichts leuchtet. Ja, das mit dem Blut hat mich auch erst ein bisschen stutzig gemacht. Und dann habe ich beim Lesen aber, nochmal ist mir klar geworden, dass das Blut ja extrem eingetrocknet und extrem gealtert wäre. Und gealtertes eingetrocknetes Blut ist schwarz. Diese Flecken, die man da aber findet, sind ziemlich leuchtend rot. Aber es ist doch das Heilige. Ja, ja. Weiterer Punkt, was sehr oft genannt wird, um mal so ein paar Sachen, die euch dann begegnen werden, wenn ihr euch selber mit dem Thema beschäftigt, einordnen könnt. Das Leinen würde Abdrücke von Blumen aus Israel oder von Münzen aus dem Ölalter und Altertum aufweisen. Ja, Mustererkennung ist toll. Man kann immer sehr viel in irgendwelchen Flecken und sonstigen Verfärbungen erkennen. Ich muss da gerade an die Szene Unheimliche Begegnung der dritten Art denken. Das bedeutet was. Also, nein, kein vernünftiger Wissenschaftler oder Historiker findet sowas. Dann gibt es den häufig geführten Satz. Naja, aber es hat ja schon vor der Zeit, die Alexa genannt hat, Belege für das Tuch gegeben, zum Beispiel im Codex Prey. Das ist eines mit ähnlichen Büchern. Und es gibt immer ähnliche Muster. Das ist also eine Abbildung im Codex Prey. Aber da ist es dann eher meist so, dass eher ein Sarg oder eine Kiste dargestellt wird, aus dem ein Tuch herausragt. Aber es ist nie wirklich eins zu eins, dass Turiner Grabtuch fast gezeigt wird. Also, dass es Darstellung von Jesu Grablegung, der Auferstehung und irgendwelchen Grab- und Schweißtüchern gibt in der christlichen Ikonografie, wundert das wirklich irgendwen? Also mich irgendwie eher nicht. Es ist natürlich nicht das Turiner Grabtuch, was dann wirklich, so wie du gerade sagtest, erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts auftaucht. Dann die Übereinstimmung des Tuches mit den Evangelien. Also da über die Verlässlichkeit der Evangelien haben wir vorhin schon gesprochen. Wichtig dabei nochmal zu wissen, die meisten Evangelien sind ja eben nicht 33 nach Christi geschrieben worden, nach Christi Geburt, sondern viel, viel später. Das heißt also, dann hätten die, die die Evangelien, wenn die Beschreibung so gut gewesen wäre, das Tuch ja jetzt sehen müssen, um es gut zu beschreiben. Also da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Und natürlich guckt einer, der etwas aus der Bibel fälschen möchte, wenn das sein Auftrag gewesen ist, auch mal in die Bibel rein, was er denn da so findet. Und wenn es dann eben die Leidensgeschichte von Jesu ist, mit dem kreuzigen Blumen und der Leidingen, dann würde er natürlich darauf auch Bezug nehmen. Dass das Tuch nicht das Werk eines Malers sein kann, haben wir gerade schon beschrieben. Trotz allem gibt es natürlich Mittel und Wege. Inzwischen hat es das gegeben, das nachzumachen. Genau, jetzt sprichst du nämlich eine ganz interessante Frage an, die wir bisher ausgeklammert haben. Wenn das Ganze denn nun wirklich von einem Künstler hergestellt worden ist, man kann ja nicht leugnen, dass dieses Bild ziemlich interessante Eigenschaften besitzt. Wie hat er das denn gemacht? Genau, also eine ganz interessante Eigenschaft, die haben wir noch nicht erwähnt. Das wollte ich jetzt nochmal gerade sagen. Dann können wir nämlich mal auf die Möglichkeiten der Replizierung eingehen. Nämlich die Tatsache, dass das Tuch nicht nur ein Negativbild hat, sondern was auch ganz spannend ist, das Tuch hat 3D-Eigenschaften. Und das ist auch nochmal ganz spannend zu beschreiben. Man kann nämlich die Farbwerte nehmen. Also hell-dunkel unterschieden. Hell-dunkel, genau, der Farbe auf dem Tuch. Und wenn man dann das durch den Computer schickt und das mit Höhenwerten anpasst, dann hat man den Effekt, dass das Gesicht plastisch wirkt und der Körper auch plastisch wirkt auf dem Tuch. Und auch das soll nochmal ein Beleg dafür sein, dass man das eben nicht als Maler nachahmen kann, sondern dass da irgendwas ganz Außergewöhnliches passiert sein muss, um so einen Effekt hinzubekommen. Also das finde ich lustig, dass das immer genannt wird. Denn für mich ist das eher ein Beweis dafür, dass das ein ganz geschicktes Kunstwerk ist, was da angefertigt worden ist. Denn wir kommen jetzt zu den ersten Versuchen, das Ganze nachzustellen. Wenn du, so wie das beschrieben ist, einen Körper in dieses Tuch einwickelst, also das Tuch von oben drauflegst und das so ein bisschen andrückst an den Körper, so rundherum, dann kriegst du eine völlig verzerrte Darstellung. Also es gibt einen italienischen Skeptiker, Luigi Caraschelli, der hat verschiedene Versuche durchgeführt, das Grabtuch von Turin nachzustellen. Und das war so sein erster Versuch. Also er hat einen Körper genommen, hat den mit Farbe bepinselt und hat das Tuch, wie beschrieben, so da rumgewickelt und da rübergelegt. Und was dabei rausgekommen ist, ist irgendwie so eine völlig abgefahrene, groteske Darstellung eines Menschen. Denn man muss sich ja vorstellen, das, was eigentlich 3D ist, also zum Beispiel so Seite des Kopfes und Ohren und so weiter, ist dann plötzlich 2D. Und das Ganze sieht also wirklich, wenn man das mal auf Bildern sieht, vielleicht können wir die auch irgendwie verlinken, total bekloppt aus. Genau, also so funktioniert es schon mal nicht. Und witzigerweise, die Eigenschaften des Bildes sind so, wenn man sich das mal anschaut, wirkt es sehr, sehr schmal. Also schmales Gesicht, ganz, ganz, ganz lange, schmale Gliedmaßen, sodass manche Wissenschaftler, die also nun absolut pro Turiner Grabtuch als Jesu Grabtuch waren, gesagt haben, er muss halt entsprechende Gendefekte gehabt haben, die seinen Körper halt so lang und schmal, also seine Gliedmaßen so lang und schmal haben werden lassen. Also völlig abgefahren. Tja, das Entscheidende, um jetzt weiterzuarbeiten am Turiner Grabtuch, ist natürlich die, oder an der Frage weiterzuarbeiten, ist das Turiner Grabtuch eine reale Reliquie oder nicht? Unabhängig vom Alter ist natürlich die Frage, kann man mit Mitteln des Mittelalters, also da, wo wir jetzt vermuten, dass es entstanden ist, also im 14. Jahrhundert, dieses Grabtuch nachmachen? Und tatsächlich gibt es jemanden, der da, du hast ihn ja schon genannt, ich habe ihn aber falsch genannt, genau, Gardelaus Galley, schreibt sich das. Ja, der Luigi hat sich also in seinem Geheimlabor, seine Batcave, wie er es nennt, mal zurückgezogen, hat einige Experimente gemacht. Also der, Entschuldige, hast du dich unterbrechert, der macht sowieso viel, was ja so religiöse Wunder und Reliquien angeht, er hat auch zum Beispiel eine chemische Substanz gefunden, mit der er Stigmata nachstellen kann, also er experimentiert auch ganz gerne mal an sich selber, also der kennt da irgendwie gar nichts, der ist relativ schmerzfrei da. War auch auf der sechsten Welt-Sriptiker-Konferenz und hat dort einen Preis für sein Lebenswerk erhalten. Völlig zu Recht, also wenn wir gerade bei den Stigmata sind, die Füßigkeiten, mit der man das nachstellt, er hat es dann aus seiner Handgelenke aufgetragen und hat sich an einer Stelle... Genau, er hatte die Verdünnung ein bisschen falsch berechnet und dann Narben davon getragen, die ihn jetzt ständig daran erinnern. Genau, er hat jetzt also eine kreuzvolljumige Narbe an dem Handgelenk. Also insofern jemand, der da mit hohem Einsatz versucht, diesen Rätseln auf den Grund zu gehen. Und tatsächlich hat er über mehrere Versuchsreihen hinweg es hinbekommen, das Turiner Grabtuch nachzubilden und zwar in einer erstaunlich guten Qualität. Zunächst einmal hat er es geschafft, dass also die Verfärbungen nur auf der Oberfläche des Leinentuches sind und verschiedene andere Aspekte des Grabtuches hat er eben auch abgebildet. Und das ist natürlich sicherlich einer der Belege dafür, dass man so ein Grabtuch oder so eine Abbildung fälschen konnte. Die Frage nach dem Gesicht, du hast die Verzerrung beschrieben, die passiert, wenn sie also tatsächlich einen Kopf, so wie er ist, in so einem Tuch abbilden würde, dann sieht er eben nicht aus wie so ein Kopf. Da ist die Antwort ein Barrelief oder ein sogenanntes Flachrelief. Das ist so das, was man vielleicht von einer Münze kennt. Also wenn man eine Münze nimmt und ein Blatt Papier drauflegt und dann mit einem Bleistift drüber rubbelt, dann kriegt man auch so eine Abbildung, die so quasi 3D-mäßig auf dem Papier aussieht. Es gibt eben Gesichtsreliefe, die auch eher flach sind und dann so eine Anmutung aber haben wie eine Abbildung. Genau so etwas wird man benutzt haben, um diesen angeblichen Kopf und das Gesicht von Jesus Christus auf dieses Tuch zu bekommen. Und Garlas Geli hat damit auch gearbeitet und dann hat er das auch genau so dann hinbekommen. Ja, also er hat das gemacht, dann hat er quasi die Technik verfeinert, er hat angeschaut, wie muss das Ganze denn hier abgepaust werden. Also das ist, erstmal benutzt man wirklich pulverförmige Farbe. Okay, in dem Fall. Genau. Und nicht nur, dass man das dann irgendwie abpaust oder so, dann hat man immer noch zu viel Farbe. Aber man muss ja auch mit einberechnen, dass das Tuch wirklich, also zumindest ja schon ein paar Jahrhunderte gealtert ist, selbst wenn es halt nur aus der Mitte des 14. Jahrhunderts stammt. Und auch mit diesem Alterungsprozess hat er herumexperimentiert. Also er hat festgestellt, dass das, was wir sehen, nur noch so die ausgewaschene Form dieser Farbe ist. Also von der eigentlichen Farbe, von dieser pulverförmigen Substanz ist halt nichts mehr übrig, sondern nur das, was sich durch eine chemische Reaktion des Stoffes mit der Farbe und Einsatz ätzender Flüssigkeiten, hat er glaube ich auch noch mit experimentiert, erhalten hat in den obersten Stoffschichten. Das ist das, was wir heute sehen. Also gar nicht mehr die eigentliche Farbe, sondern nur noch das, was übrig geblieben ist. Wir werden im Forum, also immer im Nachgang zum Real Life, wird das ja immer alles freigeschaltet, auf alle Fälle seinen Vortrag vom Denkfest in Zürich aus dem letzten Jahr mal zeigen. Ja, da sieht man das auch alles wunderschön, weil er nämlich die ganzen Tücher dabei hat, die er so geschaffen hat. Genau, das ist so eine gute Stunde, der Vortrag, der dort gefilmt ist. Da lernt man also ganz genau, wie er das Rinder-Grabtuch hergestellt hat. Das könnt ihr euch dann selber anschauen. Sehr schöner, sehr anschaulicher Vortrag. Aber das ist sicherlich einer der Belege dafür, dass man das Grabtuch nachmachen kann. Und dass es auch bereits im 14. Jahrhunderten Künstler gab, die das machen konnten. Was ich witzig finde, was wir noch ansprechen sollten, ist, dass selbst auf Seiten derjenigen, die davon überzeugt sind, dass es sich bei dem Turiner Grabtuch um ein Kunstwerk handelt, so etwas wie, ja sagen wir mal so, Verschwörungstheorien gibt. Oder Theorien, die sich einfach mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, nicht belegen lassen, für die es einfach nicht genug Dokumentationen gibt. Es gibt ein, meine, britisches Forscherpaar, die behaupten, dass das Turiner Grabtuch von keinem anderen als Leonardo da Vinci geschaffen wurde. Ich hatte mich im Vorfeld nicht allzu sehr mit dem Thema beschäftigt, aber das spukte mir immer so im Hinterkopf rum. Das muss ich irgendwann mal gehört haben. Das ist irgendwie hängen geblieben bei mir. Leonardo da Vinci, der von 1452 bis 1519 lebte, meine ich, soll also dieses Tuch geschaffen haben. Er soll nicht nur diese völlig abgefahrene Technik benutzt haben, indem er da quasi mit frühen Formen der Fotografie experimentiert hat, sondern er soll auch sein eigenes Abbild dort festgehalten haben und sich ins Fäustchen gelacht haben, weil also nun die Gläubigen in aller Welt irgendwie sein Antlitz als das von Jesus Christus verehren. Das ist eine lustige Theorie und wir hatten nicht erwähnt genau, dass das Turiner Grabtuch lange Zeit, bis ins 20. Jahrhundert hinein, bei den Herzungen von Savoyen im Besitz war. Bei denen war auch Leonardo da Vinci ein gern gesehener Gast. Es wäre also theoretisch möglich gewesen, dass er von denen mal eine Auftragsarbeit erhalten hätte. Aber das große Problem, was man dann hat, ist, dass das Ganze mindestens 100 Jahre später hätte stattfinden müssen. Also nicht in der Mitte des 14., sondern eher gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Und da spricht die Radiokarbon-Datierung natürlich dagegen. Da spricht sie dagegen. Leider wird sie ja von vielen auch angezweifelt. Aber ich halte das Ganze für nicht wirklich plausibel. Es gibt dann irgendwie noch die Theorie, dass es erst ein anderes Tuch war und das wurde dann später gegen ein viel besser gemachtes. Also dieses Tuch, was von vornherein irgendwie schon damals von den Leuten als Fälschung beschrieben wurde, sei dann hinterher ausgetauscht worden, gegen das von Leonardo, das viel besser gemacht war. Und dann sei eben die Mär vom Turiner Grabtuch entstanden. Aber das ist natürlich auch viel Spekulation. Ja, und es gibt auch ganze Internet-Video-Vorträge von stundenlanger Dauer, die dann belegen wollen, dass das Tuch von Galdas Kelly ganz toll ist. Aber er natürlich auch nicht in der Lage ist, das Tuch zu verhätschen. Da werden immer Fotos und Aufnahmen und Details des alten Grabtuches dagegen gehalten. Und da muss man einfach sagen, ja, das ist auch so, weil das Tuch von Galdas Kelly halt zwei, drei Jahre alt ist und das Tuch 650 Jahre alt. Und die Alterungsprozesse über 600 Jahre inklusive Aussätzen, von Feuer und all den Einflüssen. Also das hat er schon versucht, so nah wie möglich darzustellen, auch die Brandlöcher zum Beispiel. Aber du kannst einen Alterungsprozess, der 400, 500 Jahre in Anspruch nimmt, natürlich nicht innerhalb von einer Woche replizieren. Genau, aber die grundsätzliche Technik passt zueinander. Ich habe in der Vorbereitung mir noch eine BBC-Dokumentation dazu angeschaut und war entsetzt darüber, wie leichtfertig da Sachzusammenhänge zusammengeworfen wurden. Es wurde das sogenannte Sendarium da noch ins Spiel gebracht. Also ein Tuch, das ist in Ecuador wird das aufbewahrt und in dieses Tuch soll Jesus' Kopf eingewickelt worden sein. Und wenn man dieses Sendarium jetzt in eine Abbildung, in Nachbildung nimmt und dann über das Grabtuch liegt, dann passen die Blutflecken sehr genau zueinander. Das ist auch höchst interpreterisch und es gibt gar keine Belege dafür, dass das Sendarium verwendet worden ist. In einem der Evangelien wird eben von dem Tuch gesprochen, von dem Kopftuch. Ich habe es vorhin vorgelesen, da passt es rein. Es kommt aber in keines der anderen Evangelien vor. Und die BBC schließt dann in der Doku, naja, wenn das Tuch passt, das kommt aus dem 5. Jahrhundert, dann muss das Turiner Grabtuch auch aus dem 5. Jahrhundert stammen. Und so werden da also holladipoller irgendwelche neuen Schlüsse gezogen. Es werden dann Abbildungen genommen aus der Jahrtausendwende, wo dann gesagt wird, naja, auf dem Grabtuch ist der Daumen der Figur, die abgebildet ist, unter die Finger gelegt. Und wenn man dann aus dieser Epoche sich Abbildungen anschaut, dann sieht man da auch Jesus mit dem Daumen unter den Fingern. Und das muss der Beleg dafür sein, dass das Grabtuch viel älter ist. Wenn man natürlich dann hinschaut, ist es so, dass eben alle Personen auf diesen Bildern den Daumen unter den Fingern haben. Das heißt, das ist wahrscheinlich ikonografisch und gar keine Besonderheit. Sondern man hat dann eher so die vier langen Finger und eher selten den Daumen abgebildet. Also auch so ein Schluss, wo man sagt, naja, da gibt es auch Gegenargumente zu. Aber das wird einfach gar nicht beschrieben. Auch in dieser BBC-Doku wird ganz klar von der Blutgruppe AB berichtet, die auf dem Buch gefunden wurde. Das wurde gar nicht hinterfragt, was mich auch entsetzt hat. Und am Ende sagt man dann, naja, also da gibt es eine neue Methode, wo sich Kohlenmonoxid auf das Tuch setzt und unter bestimmten Bedingungen ist dann die Radiokarbonanalyse dann doch nicht richtig. Dann haben sie eben einen Wissenschaftler der Universität in England befragt, der Radiokarbonanalysen durchführt. Und der hat natürlich wahrheitsgemäß beantwortet, ja, das könnte sein, das müsste man mal wissenschaftlich testen, ob das so ist. Und dann könnte so eine Datierung auch falsch sein. Das war natürlich sofort, also die wissenschaftlich korrekte Erklärung war natürlich das gefundene Fressen, weil man da im Fernsehen also offensichtlich von Wissenschaftlichkeit auch wenig verstehen möchte an der Stelle. Und aber es war dann so, dass am Ende der Doku offengelassen wurde, ob diese neue Theorie mit diesem Kohlenmonoxid, was dann eben die Werte einer Radiokarbonanalyse verfälscht, stimmt. Es wurden erste Experimente gemacht, da war das nicht der Fall. Aber der Wissenschaftler weiß, es könnte ja doch noch passieren. Und damit endete diese Doku. Das Galileo-Ende. Ja, total. Also das war, ich war da ein bisschen entsetzbar, ich dachte, dass die BBC doch eher gute Wissenschaftsdokumentationen macht, aber bei dem Turiner Grabtuch. Ja, ich habe auch eine Doku gesehen, wo wirklich steif und fest behauptet wurde, kein anderer als Leonardo da Vinci kann überhaupt nur dieses Grabtuch hergestellt haben. Schön war auch in der BBC-Doku, wenn mir das gerade noch einfällt, dass ein Wissenschaftler in Amerika auch eine Abbildung hatte, des Turiner Grabtuches. Und dann hat er aus Gips so einen Menschen gehabt und hat dann das Tuch um diesen Menschen gewirkt und hat gesagt, ja, sehen Sie mal, wenn die Blutflecken an den Händen stimmen und ich ziehe das Tuch jetzt, dann passt das genau mit den Füßen überein. Und da habe ich nur gedacht, ja, aber das passt doch auch nur, weil deine Gipsfigur genauso groß ist, dass du sie unter das Tuch kriegst. Also wenn ich einen größeren oder kleineren Menschen nehme, also das war so ein Scheinargument, wo ich gedacht habe, wo ist da die Wissenschaftlichkeit hinter diesem Argument? Ja, also da findet man... Naja, es gab da auch einen Forensiker, der steifenfest behauptet hat, dass die Blutflecken genauso aussehen, als wenn sie von den entsprechenden Wunden so verursacht worden wären, dass das Blut dann eben auch so den Kopf runterläuft, als wäre die Person da irgendwie gerade eingewickelt worden und auch desgleichen die Wunden an den Handgelenken, wo zum Beispiel auch ein Skeptiker sagen würde, das Blut kann überhaupt nicht so runtergelaufen sein, weil es dann über die Haare gelaufen wäre. Außen. Außen über die Haare und in der Form hätte das gar nicht so passieren können. Aber gut, da kann man jetzt wahrscheinlich noch stundenlang drüber rätseln. Vielleicht noch zwei Empfehlungen. Also wer sehr viel über das Grabtuch von Turin gearbeitet hat, ist der Große, der Grandfather of Skepticism, Joe Nickel. Der hat ein ganzes Buch, das wir natürlich auch verlinken werden, darüber verfasst. Und auf Seite der GWUP ist das Amadeu Schama, niemand anders als der... The Godfather of the Germans gefällt. Ja, genau. Der große erste Vorsitzende. Jawohl. Genau. Also auch der hat sehr viel zum Turiner Grabtuch veröffentlicht. Und da gibt es so sechs, sieben sehr kurz gefasste, sehr schöne, kompakte Artikel auf der Seite der GWUP, die einem da auch noch mal einen guten Überblick geben. Und ansonsten kann man sich ja unsere Folge zum Thema anhören. Ja. Das war das? Das war das Turiner Grabtuch. Und wie so oft kann man an der Stelle wieder mal festhalten, außer Spesen nix gewesen. Und mit aller Wahrscheinlichkeit... Ich finde das schon interessant, wie das gemacht worden ist. Ja, das wollte ich jetzt nämlich auch noch mal gerade sagen. Es ist also mit aller Wahrscheinlichkeit nicht das Grabtuch, in dem unter Umständen Jesus Christus angegriffen worden ist. Wie immer macht es das aber nicht weniger interessant. Aber es ist ein super Kunstwerk. Und es ist also schon mit sehr viel Aufwand gemacht worden. Und wenn man heute schaut, dass also Wissenschaftler Jahrzehnte brauchen, um überhaupt eine Abbildung zu haben, die dem nahe kommt, das zeigt noch mal, wie kunstfertig doch das Mittelalter gewesen ist und dass man das auf keinen Fall unterschätzen darf. So, und jetzt will ich noch mal wissen, was es mit dem Theater auf sich hat. Die Auflösung. Musik Ja, haben die Damen vom katholischen Frauenbund tatsächlich ein ganzes Theater durch ihr zu spät kommen zum Lachen gebracht? Oder ist das vielleicht doch nur eine moderne Sage? Ja, leider hat sich die Geschichte in der Form so nicht ereignet. Da gab es also wirklich keine Zwiesprache zwischen dem Hauptdarsteller auf der Bühne und der zu spät gekommenen Dame im Publikum. Das Ganze ist eine moderne Sage, die gibt es in vielen Varianten. Die gibt es auch zum Beispiel in der Variation, dass Shakespeare gespielt wird und Nachzügler kommen. Und der Hauptdarsteller auf der Bühne spricht zu seinem Partner. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Und da ruft der zu spät gekommenen. Ja, wir sind von der LPG, so und so. Unser Bus hat unterwegs einen Motorschaden. Also das gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Arten und auch aus ganz unterschiedlichen Teilen des Landes. Und das finde ich aber irgendwie eine ganz niedliche Geschichte. Ja. Quelle wird wie immer verlinkt. Ja. Dann sind wir wieder am Ende der heutigen Sendung. Nochmal der Hinweis zur hundertsten Episode. Bitte schickt uns mal ein paar Audioschnipsel. Und darüber hinaus nochmal vielen Dank. Es kommen jetzt im Moment wieder ganz viele Story-Vorschläge, Ideen-Vorschläge, Themen-Vorschläge an uns heran. Wir nehmen das immer auf. Wir sammeln das tatsächlich in der Bundeslade. Und das sichert Huxilla über die nächsten Jahre, glaube ich. Also das ist echt super, dass ihr immer wieder inzwischen, wenn ihr auf verrückte Sachen stoßt, an uns denkt und ganz kurz eine Mail oder über Twitter uns einen Link schickt. Und ich dachte ja immer, ich hätte schon alles gehört und alles gesehen. Und es kommen tatsächlich immer noch neue Geschichten und das finden wir total super. Und wie gesagt, 11. September Skeptics in the Pub in Hamburg. Da könnt ihr uns dann mal live erleben. Da sind wir auch gerade am Stricken, da eine schöne Geschichte zu machen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne heiße Woche oder auch nicht so heiße Woche. Und ansonsten verbleiben wir immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Musik Musik Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.hoxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Hoxilla ist eine Record-Shoe-Production aus dem Jahre 2012. Musik 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 Musik